Hi, willkommen zur weiteren Folge, zur heutigen Folge mit der Familie Reuss. Und Theresa ist gerade am Aufstehen, ist gerade ausgeschlafen. Nein, zum Ausreiten haben wir gerade irgendwie kein Pferd. Bisschen unvorteilhaft, muss ich gestehen, aber ja. Und wir werden jetzt aber nicht irgendwie einfach was zu Frühstück machen, sondern wir werden jetzt frühstücken gehen. Ich meine, wir sind ja hier im Urlaub, da müssen wir ja nichts zu essen machen. Da können wir ja gerne auch essen gehen. Ich überlege nur gerade wo. Weil, ja, so wirklich Möglichkeiten gibt es da jetzt auch nicht unbedingt. Wir können natürlich einfach ins Resort gehen, aber muss nicht sein. Ähm, gibt es sonst nie irgendwie was zum... Wie irgendwie einen Picknick-Tisch oder so, einen Picknick-Kopf? Hm, nö. Dann kauf mir einfach schnell mal ein. Weil ich jetzt ein Picknick veranstalten möchte. Weil ich nicht weiß, was wir sonst machen könnten, um einfach mal nicht frühstücken zu müssen. Also, um uns kein Frühstück zu essen machen zu müssen. So in der Richtung. Dann gehen wir mal einfach in den Park und bauen da unseren Picknick-Korb auf. Könnten wir das theoretisch auch da drauf machen. Können wir uns ja dann mal hier irgendwo hinsetzen. Jamie kann da dann auch herkommen, wenn er ausgeschlafen ist. Emily und Philipp, oh, sie sind auch gerade ausgeschlafen. Okay. Dann können wir das ja mal hier hersetzen. Dann kannst du es servieren. Und dir gerne einen Teller nehmen. Und wir schauen mal zu Emily und Philipp. Die Emily kann ja auch schon mal... Ähm, hier ein Bad nehmen. Wir haben ja genug Zeit. Und, ja. So, wir müssen ja nicht unbedingt schnell duschen oder so. Sondern wir können ja den Aufenthalt hier genießen. Und in Ruhe ein Bad nehmen und so. Und du kannst währenddessen schon mal die Zähne putzen. Das kannst du dann auch machen. Sowas vernachlässigt man bei Sims irgendwie immer. Oh Gott, was hat sie denn für eine Frisur, wenn sie in der Badewanne ist? Sehr schrecklich. Ja. So, Zähneputzen finde ich vernachlässigt man bei Sims irgendwie immer so ein bisschen. Daran denkt man irgendwie nicht. Ist ja auch nicht so wichtig bei Sims. Die kennen ja davon keine schlechten Zähne oder sowas. Aber, ja. So, und Theresa, du kannst irgendwas Schönes machen. Und wir müssen uns mal wieder hier mit denen allen anfreunden. Dafür sollten wir unseren Urlaub am besten auch nutzen. Jamie kann dann hier auf jeden Fall auch einen Teller nehmen. Und du kannst ja währenddessen mal ein bisschen hier spielen. Wie weit ist deine Fähigkeit? Level 5? Level 6? Siehst du? Das passt doch gut. Und, ja, Philipp, du kannst ja mal die Toilette benutzen, solange du hier wartest, dass Emily fertig wird. Und dann kannst du auch dein Bad nehmen. Und dann gehen wir frühstücken, obwohl es schon fast Mittag ist. Aber wir können ja auch brunchen. Die gehen ja eh mehrmals dahin. Da werden sie sich bestimmt was zum Frühstück kornen. Und dann gleich was zum Mittag essen. Das ist ein totales Brunch hier. Oh Gott, Philipp, hast du das jetzt ernsthaft verstopft? Das ist ja schrecklich. Ja gut, dann kann Emily schon mal nicht dahin gehen, um auf Toilette zu gehen. Ich kann ja dann aber trotzdem schon mal hierher kommen. Und Philipp kann sich dann auf jeden Fall was zu essen nehmen. Wie wäre es mit Makia Valley Iron? Und du möchtest das ausbauen? Sehr gut. Ähm, Jamie? Wo bist du? Warum bist du nicht hier? Komm hierher. Komm mal das. Na. Ja, Jamie, komm einfach mal hierher. Und dann kannst du das in dein Inventar legen. Dann kannst du es wieder servieren und dann was essen. Oh, der nimmt den Korb sogar richtig in die Hand. Das ist sehr süß. Aber jetzt können wir es nicht mehr benutzen, oder was? Ist ja blöd. Na. Na egal, dann nicht. Dann freuen wir uns einfach ein bisschen mit der Theresa an. Ähm, kannst sie den Tag verschwärmen. Von der Natur schwärmen. Einfach ein bisschen mit ihr quatschen. Das haben wir noch so. Rebellisches Verhalten reden. Sie tratschen. Dann ist erstmal die Schleife voll. Und die beiden hier gehen dann weiter. Ah ja, ich habe übrigens bei Emilys Outfit, wie man sehen kann, hat sie so ein bisschen Schmuck. Den finde ich voll klasse. Der ist von diesem Kunststudio aus dem Store. Und ich finde den total klasse. Ich kann den bisher nie einsetzen, weil der ein bisschen groß ist immer. Aber ich finde, zu Emily passt es richtig gut. Ähm, ach ja, Philipp. Du solltest mal was anderes anziehen, als die Sachen, die du zur Hochzeit anhattest. Da hast du nämlich noch ein weiteres Outfit. Und dann kannst du gern... Hä? Ja, okay. Ähm, dann kannst du gern das anziehen. Das ist nämlich sein normales Sommeroutfit für jetzt. Oder zumindest sein Urlaubsoutfit. Nennen wir es mal Urlaubsoutfit. Ähm, ja. Dann könnt ihr hier ein bisschen branchen. Und... Joa. Setzen sie sich zum Glück auf beide an den gleichen Tisch. Das ist sehr schön. Wasser. Mh... Auf jeden Fall kannst du sie dann auch ein bisschen umarmen und so. Und ihr tief in die Augen blicken. Philipp ist ein Pechvogel. Wusste ich gar nicht. Und ich mach mal die Sounds wieder an. Ähm, Soundeffekt. Aufgebung. Musik. So. Yay, wir haben uns angefreundet. Sehr schön. Aber wir werden natürlich noch ein bisschen mehr mit ihm quatschen. Ähm, damit wir die Beziehung festigen können. Weil ich das ehrlich nicht so schön finde, wenn wir innerhalb der Familie keine Freunde sind. Ähm, kannst du ihm ein Geschenk geben? Irgendwas, was du ihm geben kannst? Hier ein Lebensritter. Ich will hier nicht, dass du ertrinkst. Was haben wir noch so von Pferden schwärmelt? Wie... Ähm... Du kannst ihn auch umarmen. Ja, das haut hin. Ähm, das können wir danach machen. Vielleicht können wir ja danach irgendwie uns einen Film anschauen oder so. Das ist halt alles so ein bisschen, ja, unlaufsmäßig so ein bisschen rumkammeln, würde ich sagen. Ähm... Passt so. Ist nicht wirklich was, dass wir... Oh, man kann jemanden in die Luxussuite einladen. Ich meine, wir sind jetzt beide zusammen, aber... Also... Aber man könnte jetzt zum Beispiel irgendwie Urlaub machen und dann irgendwie... So einen Typen, den man kennengelernt hat, äh... Im Resort in seine Luxussuite einladen. Oh. Das, ähm... Eröffnet ja ungeahnte Möglichkeiten. Ja, okay. Ich spiele ehrlich gesagt immer gern so ein paar... Offenherzigere... Sims. Und ich habe eine neue Stadt seit ein paar Tagen. Beziehungsweise die ich halt... Wie ich vorher nicht dran gedacht habe, dass ich die runterladen wollte. Evanstay County. Halt von derselben Erstellerin, die auch NA warstellt hat, in der wir hier spielen. Und, äh... Ja, und ich habe bisher noch keine Idee gehabt, was ich dort spielen könnte. Und jetzt habe ich eine Idee. Und das gibt es nämlich, glaube ich, auch Resorts. Also, wir haben da direkt schon so... Sind da direkt schon so von Anfang an drin. Ähm... Ja, Jamie, du kannst ja mal... Hier beim Restaurant auf der Terrasse was essen. Und, Teresa... Was hast du eigentlich so für Fähigkeiten? Was könntest du machen? Du könntest ein bisschen fotografieren. Stimmt. Das wäre eine Idee. Können wir dich eigentlich auch gleich hier stehen lassen. Und dann kannst du ein paar Fotos aufnehmen. Schauen, was wir hier so finden. Ein hübscher Garten. Okay, meinetwegen. Was haben wir noch so? Ein Lebensmitteltransporter. Hier, so, ganz versteckt. Okay. Ähm... Das schien aber kein gutes Foto geworden zu sein. Was haben wir noch so? Hier war gerade was. Plätze in der Stadt. Der Typ. Der Park. Okay, der Typ heißt Park. Meinetwegen. Oh, jetzt haben wir ein simmelnd Blickfeld. Wo er eigentlich schon vorbeigelaufen ist. Aha. Taucht er wieder auf? Ah, ja. Ein simmelnd Blickfeld. So. Bild von dem Typ von hinten. Ähm... Verkauft sich sicher mega gut. Können wir eigentlich auch den Farbfilter wechseln? Ja, wir können... Oh, wir können sogar schon Sepia machen. Wusste ich gar nicht. So, schau mal. Was haben wir denn so für Fotos? Oh, wir haben bisher eigentlich nur noch die... Ägypten-Fotos gehabt. Okay. Super. Jetzt haben wir ein paar Bilder gemacht. Wie kriegen wir die Zeit rum? Ja, keine Ahnung, was wir jetzt noch machen könnten. Das ist halt ein bisschen doof. Ich meine, ich könnte sie zum... Naja, tauchen kann sie ja nicht, aber... Hm. Ach, wir können ja einfach ein bisschen an den Strand gehen und entspannen. Hier zum funkelnden Sandstrand. Zu den... Oh, zu der Wildpferd-Familie. Oh, wie süß. Oh, ist das knuffelig. Hier ist einfach so eine Wildpferd-Familie am Strand. Oh, sind die süß. Wir sind einfach mal hierher gekommen und spielen am Strand rum. Oh, das ist ja klasse. Oh, schön. Ähm. Ich weiß nicht, was Jamie machen kann. Nachdem er gegessen hat, obwohl er nicht essen will, geht er jetzt gefälligst was essen. Das ist dein Problem. Okay, ihr seid nicht mehr eingecheckt. Mir egal. Und was macht ihr so? Ach ja, ihr steht hier rum. Ähm. Dann könnt ihr gern... Ne Ahnung. Durch Küssen. Durch irgendwelche Komplimente machen. Aha. Das sei jetzt sehr aus wie ein Kuss. Hm. Du kannst dann hier auf jeden Fall nochmal auf Toilette gehen. Und dann können wir uns ja mal zur Sauna begeben. Einfach so. Und dann noch in... In Dingens, in den Whirlpool und einfach so ein bisschen den Tag genießen. So, du kannst ja... Du kannst ja eine Hydrotherapie machen. Und du kannst in das erfrischende Dampfbad genießen. Ähm. Jamie, warum kannst du da nicht essen? Das ist dein Problem. Das ist dein Problem. Auf der Terrasse essen. Ach, du hast es hier hergestellt und dann isst du es nicht, oder was? Isst das doch einfach mal. Das sind sogar zwei Sachen. Ess die doch einfach mal. Du kannst dich ja hier hinsetzen. Ich meine, hier gäbe es auch ordentliche Tische. Nur so zur Info. Falls du nicht auf einer Couch essen möchtest. Deines Kind steht hier rum. Ah, ja. Jamie tut sich schwer. Ähm. Was machen wir denn danach mit dir? Ich weiß es nicht. Vielleicht einen Film gucken. Ja, wir schauen einfach einen Film. Wie wir es mit acht Fäuste tanken. Nektar. Das klingt auch vielversprechend. So, wir hoffen, dass wir uns ein bisschen sonnen können. Ähm. Wir können ja mal den Schirm aufstellen. Ein bisschen Musik anmachen. Dann hoffen wir, dass wir ein bisschen braun werden. Mit der Teresa. Ja gut, bei 17 Grad. Jetzt nicht unbedingt so wahrscheinlich. Und hoffen, dass der Typ uns jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit auf die Nerven geht, indem er Fotos von uns macht. Aber wahrscheinlich schon. Joa. Und schau mal, was die beiden hier so machen. Sie fühlt sich erfrischt. Äh nicht. No, wie süß. So, stellt mal sich doch seine Flitterwochen vor. Sie sitzt in der Sauna und daneben... Oh, und daneben sitzt ihr Mann und spielt mit einem kleinen Küchenchen in der Wanne. Oh, nein, ist das süß. Oh, nein. Oh, der hat einen Spaß dabei. Ich bin zwar auch lustig. Eie. Emily macht einen kleinen Aufguss. Und du kannst dich dann auch ein bisschen näher setzen. Oh, jetzt hat sie Schrumpelhaut. Oh, Pech. Wer mit der Ente die ganze Zeit spielt, das ist ja der Hammer. Wir könnten uns ein Boot kaufen und da mal einen Ausflug machen. Ja, ich glaube, das machen wir dann gleich. Ähm, kleines Kind. Kannst du bitte aus uns von hier rausgehen? Danke. Sauna ist nichts für dich. Ähm. Ich kann ein bisschen knuddeln in der Sauna. Auch wenn sie jetzt ein bisschen schwer erkennbar ist. Das Bild mit der Sauna kennen wir ja schon. Das haben wir ja bei uns zu Hause auch. Da haben wir doch ein sehr luxuriöses Haus, würde ich sagen. Dass wir ja auch zu Hause eine Sauna haben. Ach, schön. Ich hätte auch gerne eine Sauna. Ah, wer nicht. Ähm, hallo? Kannst du bitte gehen? Die kommen hier einfach rein, glotzen, denken sich, okay, die beiden knutschen in der Sauna und taunen wieder ab. Was soll denn das? Bleib doch gleich einfach draußen. So, und wir machen Enkel ins Tichelmechtel. Und danach können wir ja mal schauen, ob wir uns irgendwo ein Boot kaufen können. Wir müssen ja nur so einen Platz finden. Da haben wir noch eins. Wir hatten auf jeden Fall mal eins. Nein, wir haben keins mehr. Ähm, wir holen mal einen Strand. Ist vielleicht hier so eine Bootsanlegestelle? Nein. Dann aber bestimmt an einem der Häfen hier. Ja. Kaufen wir uns hier mal ein Boot. Was kaufen wir uns für eins? Ähm, ein Segelboot vielleicht? Oder ein Tretboot? Oder ein Schwan. Ah, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Ein Ruderboot wäre schön. Dann können Sie gemeinsam rudern. Ein Schnellboot ist ja irgendwie unsinnig da. Ähm, fahren Sie nur schnell durch die Gegend. Segelboot wäre aber auch schön. Ah, oder ein Tretboot. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, das wäre ein bisschen zu kitschig, oder? Mit so einem Schwan. Ah. Wir nehmen ein Segelboot. Können wir da gemeinsam Boot fahren, gehen mit? Ja, können wir. Sehr gut. Dann machen wir das im Anschluss gleich. Und Jamie, was kannst du so eigentlich? Angeln kannst du? Okay, dann schicken wir dich angeln. Angeln ist ganz gut. Das kannst du gern machen. Ähm. Ja, ja. So noch mehr klicken. Schon klar. Ich werde aber einfach nur so eine Bootstour machen. Ich weiß nicht, ob sie das können. Nein, können sie nicht. Okay. Dann machen wir mal. Hierher schippern mit Emily. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Was? Also, das Geräusch kommt wahrscheinlich noch nach. Ah ja, wir wollten eigentlich in den Whirlpool gehen. Aber das können wir auch abends noch. Das ist nicht so das Problem. Ähm. Ja, schauen wir mal nachher, wo sie denn gelandet sind. Und Theresa, meine Gute. Wie sieht's bei dir so aus? Bist du schon ein bisschen gebräunt? Äh, sieht nicht unbedingt so aus. Dann machen wir mal ein bisschen... Strandparty. Yay! Passende Musik. Und dann können wir ja ein bisschen... ähm, am Feuer sitzen. Oder... erst mal das Feuer entzünden, dann dran sitzen. Ähm. Jamie hat einen tollen Männerfilm gesehen. Oh, das war ein Männerfilm. Sehr gut. Ja, super. Hab ich doch gut ausgesucht. Ähm. Oh, Philipp war ein bisschen in Leistungsangst. Das ist natürlich nicht so schön. Aber du wirst es bestimmt schon toll gemacht haben, Philipp. Ähm, jo. Dann setz dich mal hinter. Und dann kannst du gerne ein Marshmallow rösten. Mir vielleicht irgendwas zu essen da. Nein. Jamie hast du... Oh, Jamie hat eine Forelle gefangen. Sehr gut. Das heißt, wir können dann einfach mal die Forelle rösten. Das ist super. Und dann hören wir mal auf Marshmallows zu rösten. Sonst bist du davon noch zu satt. Weil man ja von einem Marshmallow so satt wird. Aber eins nimmt es schon. Ach ja. Genau das habe ich mir gedacht. So soll das aussehen. So schön. Ach ja, jetzt müssen sie ja wieder woanders hin schippern. Dann schippern wir mal da hin, oder? So. Yay, wir haben Angeln Level 4 erreicht. Sehr gut. Und die beiden machen hier einen schönen entspannten Ausflug mit dem Boot. Und freuen sich ihres Lebens. Ja. Sieht aber auch echt schön aus. Auch nachts. Ist der Paradiesus eigentlich echt wunderschön. Nur was wie bei jeder EA-Stadt nervt, ist, dass halt nur Hauptspiel und die Erweiterung dabei sind. Und man sich tausend Sachen mal ergänzen muss. Entschuldigung. Obwohl ich es eigentlich in der Zeit, in der ich in Easter Paradies so gespielt habe, gut hingekriegt habe, so einige Sachen einzufügen. Ich habe dann auch so ein bisschen das Inselstil angepasst und so. So ein paar Clubs und keine Ahnung, so ein Zeugs. Aber ja, und noch dazu leckt das halt total. Deswegen. So, jetzt schwimmen sie weg. Äh, ja, okay. Ich klicke manchmal nicht mit, was ich eingeschaltet habe und was nicht. Und wie ich es wieder auf einmal kriege. Ja, und Theresa, wie geht's bei dir so? Ich will ja das Feuer wieder ausmachen. Und keine Ahnung, hier steht der Typ rum. Oder der Type, besser gesagt. Und, ja, du kannst ja mal jemanden anrufen vielleicht. Wie wär's mit ihm? Kannst ja mal mit Christopher ein Ferngespräch führen. Mit Jamie sind wir jetzt relativ gut angefreundet. So auf der Ebene könnte das ruhig bleiben. Man muss ja jetzt nicht unbedingt bester Freund mit seinem Neffen sein. Ähm, apropos, wie läuft's bei dir so, Jamie? Hast du schon ein paar Fische wieder gefangen? Uh, ja, einige. Sehr gut. Die kannst du ja dann auch alle in dein Aquarium stecken. Zumindest ein paar davon. Warum sind wir vorher nicht mit ihm angeln gegangen, wenn wir Fische für sein Aquarium brauchten? Keine Ahnung. Naja. Ähm, ja. Es ist schon voll spät und sie sind alle erst halb müde. Mal schauen, was wir mit der Nacht so noch so machen können. Das werden wir aber wahrscheinlich erst das nächste Mal machen. Ich werde vielleicht eine Bar oder irgendwie sowas einfügen, halt von denen, die ich noch so in meiner Bibliothek gespeichert habe. Und dann werden wir hier natürlich auch einen schönen restlichen Urlaub erleben. Aber halt erst nächste Woche wieder. Bis dahin geht's in einer Stunde weiter mit der Abenteuer-WG. Wie genauso wie am Wochenende. Und vielleicht kriege ich's ja noch hin, das ein oder andere zusätzliche Video zu machen. Mal schauen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, am Montag wieder mit der Familie Reuss. Hier in Isla Paradiso. Wie Jamie erfolgreich weiter ein paar Fische fängt. Und wir immer noch unseren Urlaub gedießen können. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall Tschüss.